Die Übungshäuser wurden vor 14 Jahren von mir ins Leben gerufen. Damals natürlich noch sehr einfach. Wir konnten also dort nur Wände aufbauen, ganz einfache Betonierarbeiten machen und diese Häuser sind jetzt durch die großartige Mithilfe der Wirtschaft zu wirklich erwachsenen Häusern geworden. Wir bauen mittlerweile richtige Hightech-Häuser mit Klimaanlagen, mit Fußbodenheizungen, da wir auch die Zweige Elektronik bei uns haben. Wir haben eine Bautechnik und diese unterteilt sich dann in Bautechnikern und Heizungs- und Lüftungstechnikern. Deshalb gehen wir her und bauen hier also praktisch alles ein. Ja genau, also das ist so, weil wir als Lehrer können hier ja nicht alles sein. Deshalb laden wir Expertisen von diesen Firmen, die uns die Materialien zur Verfügung stellen ein, die uns dann helfen und vorzeigen, wie man zum Beispiel eine Fußbodenheizung einbaut, wie man richtig ein Verputzgewebe einspachtelt und diese Expertisen kommen eine Stunde, zwei Stunden zu uns im Unterricht, zeigen uns das vor und dann machen die Schüler das Ganze selbstständig und somit können die Schüler wirklich auf dem nahesten Stand der Technik von den Materialien her und von der Ausbildung her ausgebildet werden. Hallo, ich bin der Philipp, ich bin der Dorfinstrateur in Götzis. Ich bin seit 2008 im Unternehmen tätig. Meine Aufgabe ist Projektleitung und unter anderem auch die Lerningsausbildung. Wir waren heute eingeladen in der HTL Rangweil zum Erzeugen, wie ein Fußbodenheizungsinstell funktioniert, was für verlege Arten, was es gibt und einfach die Funktion von A bis Z, was für Vorteile, was sie hat und wie es einfach alles ausgebaut ist. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man das lernt, erstens die Zukunft von allen Unternehmensrägen zu machen, die liegt einfach in der Hand von der Jungen, die nachkommt. Wir unterstützen das tatkräftig und stehen da ganz toll hinter der HTL Rangweil, weil das, was sie da aufstellen, ist einfach super. Also für uns, die Firma Röfix, wir haben ja 130 Jahre bestehen schon und Erfahrung, gerade im Baubereich. Und wir stellen da die Materialien von Beton, Ziegel, Mauermörtel, Grundputze, E-Stichbereiche, neue Innovationen im WDFS-Bereich, und mir eigentlich ist Röfix, am Bau nicht wegzudenken. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir für die Bautechniker von morgen und die neuesten Materialien, Technologien und aber auch Maschinentechniken zur Verfügung stellen. Also die Technik, wie schon vorher gesagt, hat sich immer mehr gesteigert. Und jetzt heute bauen wir wirklich tolle, fast, ich würde fast schon sagen, High-End-Häuser, wo also von der Technik her nichts ausgelassen wird. Es kommen Bussysteme in die Häuser hinein. Es ist in diesem Haus sogar eine Klimaanlage wird hier verbaut. Es ist eine Wärmepumpe drin und es kommt eine Photovoltaikanlage drauf. Also wie man sich heute ein total modernes Haus vorstellt, wird es hier in die Halle hineingebaut. Und der Vorteil ist einfach, wenn wir draußen ein Haus bauen würden, dann wären wir witterungsabhängig. Hier können wir einen kontinuierlichen Unterricht schaffen, bei dem wir tatsächlich in der Lage sind, den Schüler kontinuierlich auf diesen Gebieten fachpraktisch zu unterrichten. Und das ergänzt sich jetzt super zur Fachtheorie. Wir haben also Fachtheorie und Fachpraxis, Praxis ist also praktisch hier wie ein Guss. Das heißt, die Architekten in unserem Haus, die können oben diese Detaile durchgehen mit den Schülern und wir hier herunten versuchen, das möglichst umzusetzen. Ich bin Edel Dinsch, komme aus Luschenau und gehe gerade in die 2C-HBT in Hartzell-Rankweil. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, war der Innenverputz, als wir den Edel-Weißverputz aufgetragen haben und bis jetzt, was wir da gerade machen. Ich habe mich für den Zweig Bautechnik entschieden, weil mir das einfach mehr Spaß macht und weil ich mit der Elektronik eigentlich nicht so viel zu tun habe. Und mir einfach das Bauen Spaß macht und ich mal in die Richtung Architektur gehen will. Ja, ich bin in Lorenz Blank, komme aus Sulzberg und gehe gerade in die 2C-HBT in der Hartzell-Rankweil. Ja, also wir machen eine Dämmfassade und sparten gerade ein VES-Gewebe ein. Ja, also wir sind gerade in der Draht an der Fußbodenheizung und haben auch schon Innenverputz. Ja.